hallo ich heiße der willem und ich begrüße euch auf dem kanal von willems auto welt hallo ich heiße der willem ich heiße der willem hallo ich heiße der willem und ich begrüße euch auf dem kanal willems auto welt hallo ich heiße der willem und ich begrüße euch auf dem kanal willems auto welt ich heiße der willem egal wer jens wohl zu haben also bekommt der jens auch ja ich begrüße euch und besonders dich lieber jens zu dieser kleinen va dieser spontanen va denn ich bin heute morgen früh aufgestanden um viertel vor vier habe gearbeitet und als die mittags dann die sonne schien habe ich gedacht diese kleine regenpause die will ich jetzt ausnutzen um mit dir jens und mit euch einmal rauszugehen einen weg auszulüften ja und ich bin unterwegs hier im höltigbaum das ist ein naturschutzgebiet fünf kilometer von mir entfernt ein ehemaliger truppenübungsplatz und hier habe ich auch schon mal die eine oder die andere zwei va habe ich ja schon mal gedreht blende ich mal hier ein und zwar habe ich hier einmal für den bernd von wandern und outdoor damals seine plus 111 abonnenten challenge gemacht video blende ich mal ein wer mobil geräte hat müsste unten in der video beschreibung gucken das wird nicht eingeblendet und dann hatte ich noch damals für den frank eine va gemacht ich glaube das war die 300er 200er von dem kanal outdoor und wandern also nicht wandern und outdoor sondern outdoor und wandern früher hieß er outdoor und shortwave ja und frank für dich war das ja hier so ein bisschen bekanntes gebiet weil du hier in diesem gebiet gedient hast wie gesagt freitag das ist der dritte märz so die ersten sonnenstrahlen die ersten frühlingsstrahlen heute morgen oder heute abend morgen soll es wieder anfangen zu regnen und wenn ihr lust habt dann machen wir hier eine kleine runde und und die ist mit dabei und ich habe ein käffchen nicht den kocher sondern nur eine thermoskanne und lust habt dann geht los ein Musik 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 Wer von euch mich auf Instagram begleitet, der kennt wahrscheinlich dieses Motiv. Das habe ich schon mal gepostet. Ein Foto. Winter. Ja, oder in diesem Winter. Ja, Love. The Power of Love. Musik 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 Sollte sie auch nicht leben wie dem Hinten, ne? Ja, der Jens, der unterwegs ist mit seinen 1118 Abonnenten zu diesem Zeitpunkt. Und Freunde, ja, es hat sich doch ein bisschen jetzt eingetrübt. Schade eigentlich. Aber es ist noch trocken und ich habe doch noch meinen Kaffee getrunken. Ich wollte ihn jetzt nicht mit nach Hause nehmen wieder. Ja, mal lieber Jens, ich hoffe, die VA, die hat dir gefallen. Und euch allen anderen natürlich auch. Und ja, wir sehen uns dann wieder demnächst hier auf meinem Kanal und vielleicht auch bei Facebook oder auf Instagram. Könnt ihr mich auch finden. Und dann mache ich mich so gleich mal so langsam fort hier, denn so gemütlich ist es nun auch nicht mehr hier. Ne, ne, ne. Ja, aber es sollte ja auch nur eine kleine spontane VA sein. Und ich habe das Wetter dann doch genutzt, würde ich sagen. Okay, bis dann erstmal und wir sehen uns. Und wir sehen uns.